Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zurück als frischgebackene Mama und ich habe für euch meinen Geburtsbericht. Ja, jetzt würde ich sagen, schießen wir los. Also ich muss auf jeden Fall mein Handy immer mal wieder zücken. Ich habe nämlich im Krankenhaus mir ein paar Notizen gemacht, damit ich auch nichts vergesse. Ich habe ja auch ein bisschen gevloggt, deswegen wissen wir auch ganz genau die Zeiten immer, wann was passiert ist. Und ja, ich fange einfach mal an. Ich habe am 23.01. das erste Mal Wehen gespürt, würde ich mal sagen. Die haben sich angefühlt wie leichte Regelschmerzen. Ich weiß nicht, ob ihr Regelschmerzen habt, wenn ihr eure Tage habt. Aber ich habe öfters mal stärkere Regelschmerzen und deswegen waren das so leichte, leichtes Ziehen im Unterleib und für mich leichte Regelschmerzen. Und dann dachte ich schon, sind das jetzt Wehen? Wusste ich aber nicht so richtig, war mir nicht so ganz sicher. Hatte ich aber die ganze Schwangerschaft über nicht, deswegen dachte ich schon, okay, das sind Wehen. Habe dann auch schon einen Wehenzähler gestartet, den können wir auch einfach mal aufrufen. Den habe ich dann tatsächlich auch gekauft. Also ich hatte um 17 Uhr ungefähr, am 23. um 17 Uhr die ersten Wehen und die kamen auch unregelmäßig. Ich habe sie manchmal auch nicht richtig aufgenommen, wie ihr sehen könnt, aber sie waren schon dann konstant da. Also die sind nicht mehr verschwunden, die waren konstant da, aber halt einfach unregelmäßig. Und die letzte Wehe habe ich dann gemessen um 12 Uhr ungefähr in der Nacht. Und dann dachte ich, okay, dann gehe ich jetzt mal schlafen. Und Dennis ist nicht schlafen gegangen, der war tatsächlich, ich muss jetzt mal hier kurz gucken, sie liegt neben mir. Er war tatsächlich bis um 2.30 Uhr ungefähr wach an dem Samstag und hat im Fernsehen geguckt. Ich bin nämlich um 2 Uhr aufgewacht und habe dann zu ihm gemeint, ob er nicht mal ins Bett möchte. Und dann meinte er, ja, er geht noch mit Milo runter und dann geht er ins Bett. Okay, dann bin ich auf Toilette gegangen und bin wieder ins Bett gegangen. Ja, von Wehen weiß ich gar nicht mehr, ob ich da nochmal was gespürt habe. Aber ich war eigentlich sehr entspannt und dachte mir, ach, das geht eh noch nicht los, so Wehen dauern ja ewig. Und habe mich dann nochmal hingelegt und um 3.30 Uhr ungefähr bin ich wieder aufgewacht. Das stimmt gar nicht. Um 3.22 Uhr habe ich nämlich nochmal den Wehenzähler gestartet, den ich dann nicht mehr beendet habe, weil ich wahrscheinlich dann, weil wahrscheinlich dann die Fruchtblase geplatzt ist. Denn so um circa, also ich bin dann auf Toilette, habe dann gedacht, okay, komisch, ich habe so komischen Ausfluss. Wird ja wohl nicht die Fruchtblase sein. Dann habe ich kurz gespürt und dachte, okay, es ist sehr wässrig. Lege ich mich mal nicht ins Bett, weil ich kam ins Bett gar nicht mehr richtig rein, weil ich doch schon sehr rund war. Und ich hatte ja auch super mit Wassereinlagerungen zu kämpfen. Bin dann nicht ins Bett und habe mich auf die Couch gelegt. Und dann dachte ich, soll ich jetzt nochmal schlafen oder soll ich lieber nochmal auf die Toilette? Dann bin ich Richtung Toilette gelaufen, wollte einfach nochmal aufs Klo gehen. Und auf einmal macht es Flatsch und tatsächlich lief so richtig Wasser runter. Und dann stehe ich so zwischen dem Türrahmen im Schlafzimmer und sage zum Dennis, Schatz, ich glaube, es geht los. Und dann kam nochmal so ein Schwall raus und dann hat er sich gar nicht bewegt. Er ist ja erst ins Bett, muss man dazu sagen. Dann habe ich nur gesagt, Schatz, ich glaube, es geht los, ich glaube, wir müssen los. Und dann dreht er sich so um und sagt, echt? Und sage, ja, wir müssen, glaube ich, los. Weil ich war ja auch Streptokokken-positiv, heißt, wenn die Fruchtblase dann platzt, sollte man ins Krankenhaus gehen. Dann bekommt man Antibiotika und sie quengelt nur. Das macht, glaube ich, jetzt noch nicht auf. Genau, und wenn man Streptokokken-positiv ist, sollte man beim Blasensprung auf jeden Fall ins Krankenhaus gehen, weil dann kriegt man vorsorglich Antibiotikum. Genau, dann habe ich zum Dennis gesagt, okay, ich brauche jetzt noch meine Ladekabel für meine Kliniktasche und das Nachthemd, das hier hing am Schrank, müssen wir noch einpacken. So ein paar Dinge habe ich ihnen dann noch angeheißen, was noch rein muss. Dann habe ich mich umgezogen, habe mir eine fette Slip-Einlage, also eine fette Binde reingemacht in meine Unterhose. Und dann habe ich das Krankenhaus angerufen, wo ich eigentlich entbinden wollte. Die gingen nicht dran, also der Kreißsaal ging nicht dran. Und dann dachten wir, okay, wir bringen jetzt erst mal Milo zu Katrin. Also um 3.30 Uhr ist meine Fruchtblase geplatzt und ich kann euch sagen, wann wir bei Katrin waren. Ich habe hier gefilmt, das ist sehr praktisch. Bei Katrin waren wir dann um 4 Uhr, also um 3.56 Uhr waren wir dann bei Katrin, haben Milo abgegeben und auf der Autobahn waren wir um 4.15 Uhr, genau, oder um 4.10 Uhr sind wir auf die Autobahn gefahren und von dort aus bräuchten wir eigentlich nur 30 Minuten in das Krankenhaus oder so. Ja, schon 30 Minuten. Und dann habe ich im Auto, im Kreißsaal nochmal versucht anzurufen und dann hieß es, ich habe gesagt, meine Fruchtblase ist geplatzt, ich würde gerne kommen. Dann hieß es, wir haben keinen Platz mehr. Und auf diese Situation habe ich mich auf jeden Fall schon mal eingestellt, weil man in diesem Krankenhaus sich nicht vorher anmelden konnte und sie haben zu mir gesagt, ja, wenn sie voll sind, sind sie voll. Und dann habe ich, wie ich euch schon im Vlog erzählt habe, habe ich in Böblingen angerufen. Dort hieß es dann, ich darf nicht mit Mann rein zur Anmeldung und dann hat mich das vorherige Krankenhaus, hat mir noch eine andere Klinik empfohlen und dann sind wir zu einer ganz anderen Klinik gefahren und es war sehr abenteuerlich, ja. Angekommen sind wir dort, ich sage das euch, um 4.30 Uhr. Also um 4.30 Uhr waren wir vor der Klinik, haben geparkt, sind rein, haben uns angemeldet. Dennis durfte ja zum Glück gleich mit rein, da war ich richtig glücklich drüber. Dann haben wir die falsche Etage gewählt und sind in der falschen Etage rumgelaufen, haben den Kreißsaal gesucht und haben gesagt, wir sind wieder zurückgelaufen. Bis wir dann oben waren und vor dem Kreißsaal waren und den Corona-Test gemacht haben, war ungefähr 5 Uhr oder sogar, also um 5 Uhr habe ich jetzt das Video gedreht, dass wir den Test gemacht haben, also einen Corona-Test hatte ich davor auch noch nie, in den Rachen und in die Nase und ich muss euch dazu sagen, dass ich dann schon richtig regelmäßige Wehen hatte. Aber was ganz interessant ist bei den Wehen, was ich vorher auch nicht so richtig geglaubt habe, also tatsächlich ist es so, dass man zwischen den Wehenpausen gar keine Schmerzen hat, also wirklich durchatmen kann und chillen kann. Und als wir vor dem Kreißsaal waren, kam dann auch schon eine andere Frau, die auch mit mir zeitgleich entbunden hat, die wurde von ihrem Mann mit dem Rollstuhl hingeschoben und ich dachte mir so, toll. Und die durfte gleich rein. Und ich dachte mir so, toll, weil ich wieder, tue so oft tapfer, hatte aber auch schon im 3-Minuten-Takt Wehen, die ich gut veratmen noch konnte. Aber ich dachte mir so, die kommt mit dem Rollstuhl an. Aber ja, ich weiß ja nicht, vielleicht hatte sie schon viel stärkere Wehen, auf jeden Fall. Stand ich dann da vor dem Kreißsaal, meine Fruchtblase lief und lief und wir haben halt auf das Corona-Ergebnis gewartet. Das hat eine halbe Stunde ungefähr gedauert. Also mein Test, glaube ich, 15 Minuten und Dennis einen Schnelltest, 15 Minuten. Da war ich dann auch noch auf dem Klo. Ja, und dann durften wir rein. Wir hatten beide einen negativen Test zum Glück. Ich hatte ja da auch noch Angst, dass er da irgendwie positiv ist und dass ich dann doch ohne Dennis entbinden müsste. Ach, keine Ahnung, hat mir dann so ein paar Gedanken gemacht, aber die Gedanken waren auch wieder schnell verflogen, denn der Test war negativ. Und dann sind wir in einem Untersuchungszimmer mit einer Ärztin. Die hat dann nochmal einen Ultraschall vom Bauch gemacht, hat sie nochmal gewogen ungefähr. Sie meinte dann so 3.700 Gramm. Dann dachte ich, ah, meine Frauenärztin meinte 3.050, letztes Mal, als ich beim Frauenarzt war. Aber es ist ja auch dann wieder fast zwei Wochen her gewesen. Genau, und dann habe ich einen Zugang gelegt bekommen. Ah ja, hier. Das ist auch noch ein bisschen blau. Also da habe ich einen Zugang gelegt bekommen und habe dann die Antibiotika-Lösung bekommen. Und dort hatte ich auch schon richtige Wehen. Also auch, wo sie den Zugang gelegt hat, habe ich manchmal gesagt, oh ja, kurz warten, ich muss nochmal veratmen. Aber die waren alle so nett und haben das alles so toll gemacht, dass es überhaupt kein Problem war. Als ich dann den Zugang gelegt bekommen habe, weil es dann im Ultraschall alles in Ordnung war, hat mich die Hebamme in den Kreißsaal gebracht. Und als wir im Kreißsaal angekommen sind, das war, ich kann euch wieder sagen, wie viel Uhr das war, das war 6.15 Uhr. Also um 3.30 Uhr meine Fruchtblase geplatzt. Und um 6.15 Uhr waren wir im Kreißsaal. Und da habe ich dann das CTG umgelegt bekommen und habe plötzlich richtig starke Wehen bekommen. Also wirklich richtig starke. Die habe ich dann immer versucht zu veratmen. Ich habe immer nur gedacht, okay, ich nehme die Wehe an, ich veratme die Wehe. Und habe das alles im Stehen gemacht und habe mich überall festgehoben. Und die Hebamme, die dann gekommen ist, also die Hebamme, die wir da hatten, hat dann zum Dennis gesagt, er kann gerne meinen Rücken massieren mit einem Massageöl, das auch ein bisschen beruhigt. Und das hat dann der Dennis gemacht, dort im Stehen. Und es war auch wirklich sehr angenehm. Aber dann wurden die Wehen so stark, dass ich mit denen wegen kurzer Zeit gar nicht klarkam, weil die so krass stark waren. Und dann war Hebammenwechsel und da kam dann eine neue Hebamme, die war auch super, super nett. Und ich bin so froh, dass ich so tolle Hebammen hatte. Die kam dann rein, hat uns begrüßt und ich lag dann, glaube ich, schon auf der Liege. Und dort waren die Wehen so krass. Aber ich würde schon sagen, dass ich auch schon davor solche Schmerzen hatte, denn ich habe öfters mal mit Durchfall oder Verstopfung zu kämpfen. Und da habe ich auch richtige Bauchkrämpfe und die sind so edelig. Also deswegen war ich gar nicht so krass überrascht, aber ich habe mich schon so richtig zusammengezogen und ich musste auf jeden Fall was kreisen, weil das doch schon ein sehr starker Schmerz war auf der Liege. Und dann habe ich zum Dennis gesagt, ich kann hier nicht liegen. Ich muss was anderes probieren. Dann hat die Hebamme mir vorgeschlagen, ich kann auch gerne ins Wasser und die Badewanne. Dann wusste ich nicht, oh Gott, kann ich diesen Schmerz im Wasser aushalten und ertragen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich probiere es einfach. Füllen Sie gerne die Badewanne auf, weil es dauert ja immer ein bisschen. Und das, was mir richtig geholfen hat, war, dass die Hebamme zu mir gesagt hat, denken Sie daran, die Wehe ist Ihr Freund und die Wehe ist gut, denn dann haben Sie bald Ihr Kind. So auf die Art. Und dann dachte ich, ja, sie hat recht. Also okay, die Wehe ist gut. Das habe ich dann angenommen. Ich habe auch ein Lied im Kopf gehabt, ein christliches. Das hat mich irgendwie auch komplett durch diesen Geburtsprozess begleitet, denn es war dauerhaft an meiner Seite. Der hat das echt richtig, richtig toll gemacht. Ja, genau. Und dann wusste ich nicht, okay, im Liegen kann ich die Wehen überhaupt nicht ertragen und veratmen. Da bin ich aufgestanden. Im Stehen war es richtig übel. Dann habe ich gefragt, okay, wie sieht es aus bezüglich Einlauf? Habe ich die Hebamme gefragt. Dann hat sie gesagt, ja, können wir gerne machen, wenn Sie dann einen freien Kopf haben. Ich dachte, ich werde mir einen Einlauf geben lassen, aber die Wehen waren so krass. Aber bevor ich aufgestanden bin, hat sie mich nämlich auch abgetastet. Ich war um 7.30 Uhr schon bei 5 cm Muttermund. Und wenn man mal überlegt, um 3.30 Uhr sind die Wehen, also es ist meine Fruchtblase geplatzt, dann haben die Wehen sich so langsam gesteigert. Im Krankenhaus, so um 5 Uhr ungefähr hatte ich schon starke Wehen, die ich veratmen musste. Und um 7.30 Uhr war einfach mein, ja, ich glaube es war 7.30 Uhr, war einfach mein Muttermund bei 5 cm. Okay. Und als ich mich abgetastet habe, dachte ich, okay, ich sage jetzt bloß keine 2 cm oder 1 cm. Und als ich 5 cm gesagt habe, war ich so, wow, läuft bei mir. Das kann jetzt so weitergehen. Dann, äh, genau, hat sie mich getastet, 5 cm. Okay, und dann konnte ich ja nicht mehr ihm liegen. Dann habe ich versucht, ihm stehen, ging nicht. Einlauf habe ich mir nicht geben lassen, weil ich einfach schon zu starke Wehen hatte. Ich konnte es mir nicht vorstellen, mir jetzt dort auf den Klon Einlauf zu geben. Ähm, genau, und dann habe ich mich noch in die Hocke gesetzt, vor dem Bett, und habe die Wehen so veratmet. Und dann kam sie schon rein und dachte, also die Hebamme hatte ja auch noch die andere Frau, die mit mir kam, ähm, und hat dort noch die Geburt gemacht. Und dann kam sie wieder rein und dann saß ich so auf dem Boden und dann hat sie gesagt, oh, okay, jetzt die Position. Ich habe halt alles gemacht, was ich dort im Geburtsvorbereitungskurs gemacht habe. Und, ähm, dann hat sie gesagt, komm, jetzt probieren wir es mal mit der Badewanne. Okay, und dann bin ich in die Badewanne rein und auf einmal war das so entspannend. Ich bin sogar während der Wehenpausen eingeschlafen, also so richtig weggedöst. Und Dennis war hinter mir, hat mir immer so mit dem Tuch, ähm, mit dem kalten Waschlappen auf dem Kopf. Und ich wollte das Wasser auch nicht zu hoch haben, also ich wollte es gerne noch ein bisschen tiefer, also dass es einfach obenrum ein bisschen kühler ist. Und ich hatte ein Tuch auf dem Bauch, genau. Und die Badewanne war halt so eine richtige Gebärbadewanne, also ich konnte meine Beine abstützen und meine Hände abstützen. Und so habe ich dann die Wehen in der Badewanne gut veratmen können und in der Wehenpause habe ich so richtig relaxen können. Also es war echt richtig, richtig angenehm. Und, ähm, genau. Und dann hat die Hebamme gemeint, ähm, also hat sie mich nochmal abgetaschtet. Ja, sehr gut, der Muttermund ist gut offen. Allerdings ist es so, dass, ähm, da einfach noch ein Stück vor ihrem Kopf ist. Und dann hat sie nur gemeint, okay, jetzt, ähm, soll ich pressen. Und sie hat dann, äh, den Muttermund über den Kopf geschoben. Also sie schreien und hat dann den, ähm, Muttermund über ihren Kopf geschoben. Und das war auch sehr unangenehm, aber es ging irgendwie. Und, ja, was war noch so? Dann durfte ich halt, dann durfte ich irgendwann in der Badewanne mitpressen. Und dann musste ich halt einfach nicht mehr schreien, sondern den ganzen Druck runter. Und habe mich dann einfach auf sie, also auf das Baby im Bauch konzentriert. Und im Geburtsvorbereitungskurs haben wir so gemacht, äh, also so, so Übungen gemacht, wo man gedacht hat, also man hat geatmet und hat gedacht, okay, das Baby rutscht in die Treppe, äh, eine Rutsche runter. Und tatsächlich habe ich das dann auch dort angewendet. Also ich dachte, okay, mit jedem Druck und mit jedem Pressen, sie rutscht runter. Und sie rutscht ein Stück immer ein Stück näher. Und das war irgendwie so im Kopf. Und das war so krass, weil normalerweise ziehe ich nie was durch im Sport und im Fitness oder keine Ahnung was. Aber ich war so stolz auf mich, dass ich so gut mitgemacht habe. Also ich habe echt eigentlich gut mitgemacht. Was am Schluss richtig schmerzhaft war, war, wo der Kopf zwischen, ähm, der Scheide war einfach. Ähm, das war, also der Druck und das war schon ein ordentlicher Schmerz. Aber es ist alles, also es ist alles aushaltbar. Es ist wirklich alles, alles aushaltbar. Und ich habe nicht daran gedacht, oh Gott, wie lange geht es noch. Sondern ich habe immer nur an diesen einen Moment gedacht und habe den mitgenommen. Dann hat, jetzt hat die Hebamme mir halt immer gesagt, okay, jetzt nochmal pressen, pressen. Aber man presst allgemein, also automatisch schon, weil man hat, man verspürt dort so einen Druck. Und man presst eigentlich dorthin. Und ich habe mich einfach dorthin konzentriert und habe halt einfach gepresst. Und, ähm, habe die ganze Kraft nicht ins Schreien, sondern richtig in Druck nach unten. Ähm, ja, und in der Badewanne konnte man sich halt, ich rede viel mit den Händen, ihr merkt schon. In der Badewanne konnte man sich halt gut festhalten und habe die ganze Kraft da reingesteckt. Und, ähm, ja, tatsächlich, sie kam dann schon, also 7.30 Uhr war ich bei 5 cm Muttermund. Und um, ähm, 9.08 Uhr ist unsere kleine Maus geboren. Also, ich hatte wirklich eine richtig schnelle Geburt. Was, ich bin nicht, äh, ich hatte keinen Darmrest. Ich bin, glaube ich, nach oben hingerissen. Weil mir tat es auch nach oben weh, so extrem weh. Ich habe auch zu ihr gesagt, oh Gott, oh Gott, ich tue so, so weh. Und dann hat sie gesagt, okay, sie drückt dagegen. Aber, ähm, der Kopf muss ja durch. Also, ähm, ja, und dann, ähm, hat sie sie mir auf, auf die Brust gelegt. Der Dennis war hinter mir, der Dennis kam und, ähm, hat, hat, halt, war richtig süß. Das hat mir auf den Kopf geküsst. Und war, die ganze Zeit da, hat mich die ganze Zeit so, ähm, mental einfach unterstützt. Und ich bin so froh, dass trotz Corona und der aktuellen Situation der Dennis dabei sein durfte. Weil, ähm, ich finde schon, dass man da auf jeden Fall eine Bezugsperson braucht. Und, ähm, war einfach unglaublich dankbar und glücklich, ähm, dass er einfach dabei sein konnte. Ja, ja, genau. Und dann kam sie halt raus. Und dann haben sie gesagt, oh, oh, die, ähm, die Nabelschnur war um ihren Hals gewickelt. Und dann haben sie sie mir, also, dann haben sie schnell die, ähm, Nabelschnur weggemacht. Eine Ärztin kam in den letzten zehn Minuten noch dazu. Und dann hat die Hebamme sie mir auf die Brust gelegt. Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, du warst in meinem Bauch. Wie geht so was? Also, während der Schwangerschaft habe ich irgendwie das gar nicht so realisiert, dass da so ein Mensch in einem drin ist, die ganze Zeit, dass sie überall mit dabei war. Ich war ja noch so relativ viel unterwegs dafür, dass wir, ähm, letztes Jahr gar nicht so viel reisen konnten. Aber sie war einfach mit dabei in Kroatien, in Paris, in Südtirol, in, ähm, Mailand. Ähm, ja. Also, sie war bei so vielen Dingen dabei und ich habe es gar nicht so realisiert, dass ich da wirklich so einen Mensch in mir drin habe. Also, es ist richtig ein krasses Gefühl, wenn sie dann, also, wo sie dann auf meiner Brust lag. Und Dennis meinte gleich so, oh, was sind deine Ohren und deine Nase? Und, äh, wir waren echt total aus dem Häuschen, haben aber nicht gemeint. Wir waren einfach nur glücklich. Ich war einfach nur glücklich. Hab gleich ihren Namen gesagt, Malia. Und es war gleich so vertraut, weil wir waren uns die ganze Zeit nicht so sicher mit dem Namen. Aber als sie dann auf meiner Brust lag, war das klar, das ist unsere Malia. Und, ähm, ja. Und dann hat sie halt nicht gleich geschrien, weil, äh, die, die, die Nabelschmüll drumrum war. Aber da ich schon so viele Geburtsvideos davor kannte, wusste ich, dass es nichts Schlimmes ist. Sie haben dann die Reaktion am Fuß, ähm, also so die Reaktion, man macht da am Füßchen rum und dann kommt auch Fruchtwasser raus und dann hat sie auch geschrien. Ja, und dann war das Ganze ja noch nicht vorbei. Dann, ähm, habe ich gesagt, ich glaube, jetzt muss noch was anderes raus. Dann hat sie gesagt, ja, genau. Und dann hat sie schon versucht zu drücken, also die Plazenta muss ja dann raus. Und, ähm, im Wasser hat es leider nicht geklappt. Also musste ich mit der hängenden Nabelschnur, ähm, aus dem Wasser raus. Und ihr müsst euch vorstellen, das war wie ein krasser Marathon, den man da hinter sich hat. Und dann war alles so richtig, so, meine ganze Angespanntheit war weg. Und dann war einfach alles so ein bisschen labbrig und ich war schon sehr kaputt. Bin aber aus der Badewanne raus, auf die Liege, mit dieser Nabelschnur irgendwie in der Hand. Und, ähm, dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr. Also ab dem Moment hatte ich wirklich keinen Bock mehr und dachte mir so, lasst mich in Ruhe, lasst meine Mumu in Ruhe da unten. Ähm, ich habe dann gefragt, bin ich gerissen? Und dann hat sie gesagt, wir gucken das gleich an. Also da muss erst mal noch die Plazenta raus. Dann hat sie auf meinen Bauch nochmal eine halbe Stunde später gedrückt. Dann hat der Dennis, glaube ich, Malia, oder sie wurde gewogen dann. Und dann, ähm, hat sie drauf gedrückt und dann ging die Plazenta zum Glück ab und raus. Und die war irgendwie durch zwei geteilt, also schon im Bauch. Aber waren jetzt nichts Schlimmes. Hat man auf dem Ultraschall auch nicht gesehen, also meine Frauenärztin. Genau, dann habe ich mir noch die Plazenta angeguckt, habe auch ein Foto von der Plazenta gemacht, aber das erspare ich euch. Genau, und, ähm, dann musste ich 20 Minuten ungefähr genäht werden. Der Dennis ist dann nochmal kurz raus und hat eine geraucht. Ähm, ja, es sei ihm gegönnt. Ähm, hat dann auch jedem, also unsere Familie angerufen, unseren Eltern, dass es alles gut ist. Ja, war auf jeden Fall krass. Dann wurde ich genäht. Das war noch ein bisschen unangenehm. Also es ist überhaupt nicht schlimm, genäht zu werden. Man bekommt eine Betäubungsspritze, die ist ganz dezent, aber man hat auf jeden Fall keine Lust mehr. Das kann ich euch sagen. Also man denkt so, oh, lasst mich in Ruhe. Man ist sehr empfindlich. Aber ich wurde dann dreimal genäht. Aber nicht am Damm, sondern an der Scheide. Und sie meinte, also die Hebamme meinte, wäre das eine Hausgeburt, hätte man das gar nicht genäht. Und genau, dann war alles erledigt. Ich habe wieder meine Malia auf meiner Brust gehabt und habe sie die ganze Zeit angeguckt. Und war ein richtig krasses Gefühl. Wir sind dann nochmal in ein anderes Zimmer gekommen, weil das sauber gemacht wurde und desinfiziert wurde. Und dann waren wir dann nochmal eine Stunde, der Dennis und ich und Malia. Und dann haben wir das alles so genossen. Und unglaublich schön war das. Also ich wünsche jedem so eine tolle Geburt. Ich habe gleich danach gesagt, locker easy. Die Schmerzen waren komplett gleich vergessen. Ich hatte aber auch nicht so lange Schmerzen. Also keine Ahnung, wenn es jetzt noch 10 Stunden länger gegangen wäre. Ich frage mich nur, wenn man so lange in den Wehen liegt, hat man diese krassen Wehen die ganze Zeit? Oder sind das erst mal diese langsamen Wehen, wo man auch ein bisschen relaxen kann? Also am Schluss kann man nicht mehr relaxen. Das kann ich euch schon mal sagen. Obwohl, ich habe dann noch die Kamera aufgestellt. Wir haben dann noch gefilmt. Die Hebamme war so toll. Die hat uns dann auch geholfen. Also wirklich, ich hatte wirklich eine traumhafte Geburt und würde es immer wieder machen. Und war sehr happy. Und ich hatte auch noch wirklich eine tolle Schwangerschaft, muss man dazu sagen. Auf jeden Fall durfte der Dennis dann in dem Krankenhaus uns auch jeden Tag besuchen kommen. Und es gab auch Familienzimmer, aber wir haben leider keins abbekommen. Was aber überhaupt nicht schlimm war, weil man es dann so verzaubert mit der kleinen Maus und muss erst mal zurechtkommen mit dem Stillen und alles. Deswegen war das gar nicht schlimm. Das war mein Geburtsbericht. Nicht allzu spektakulär. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Also wie gesagt, ich sage euch nochmal kurze Daten. 3.30 Uhr die Fruchtblase. Dann 4.00 Uhr Miro abgegeben. Dann 5.00 Uhr im Krankenhaus. Dann den Corona-Test. Und es war dann 6.15 Uhr, bis wir im Kreißsaal waren. Um 7.30 Uhr war ich bei 5 Zentimeter und um 9.08 Uhr war sie auf der Welt. Mit 49 Zentimeter und 3.235 Gramm. Und Kopfumfang war 35 Zentimeter, glaube ich. Genau. Also vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.